Hallo zusammen, ich bin Jill Reif. Ich bin seit über 10 Jahren beim SVB. Ich bin hier quasi gross geworden. Gross ist übertreiben, aber älter bin ich geworden. Ich bin die aktuelle Vereinsmeisterin. Bei mir ist es sehr geehrt, dass ich für diesen Verein vom SVB Meisterin sein darf. Es ist auch ein Ort, an dem man gerne herangeht, wo man Rückhalt hat und es schafft wie eine kleine Familie. An dieser Stelle wünsche ich dem SVB alles Gute zum 100. Jubiläum. Wir sind der SVB!